Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Agario. Ja, in der letzten Folge hatten wir es schon mal angezockt, die erste Folge. Und mir hat es eben Spaß gemacht, deswegen gehe ich jetzt nochmal mit dem SashiLP rein und play at gas. In der letzten Folge wurden wir zweimal gefressen. Und ich hoffe, diesmal lag es schon wieder. Hier sind ja auch hunderttausende Menschen in dem Agario drin. Ja, und normal wäre jetzt eine Call of Duty Folge gekommen, nämlich Mehrspieler. Da hättet ihr keine sehen, wie ich so schlecht in Call of Duty bin. Vielleicht kann ich einen ablachen, wenn ich die ganze Zeit abgeknallt werde im Mehrspielermodus. Aber das ist leider nicht gegangen, weil angeblich mein Advanced Warfare keine Verbindung herstellen konnte, obwohl ich super Highspeed-Verbindung gerade habe. Das sieht man ja schon mit dem Internet. Und da oben ist immer noch das Fenster auf ein 1 zu 1 hochgeladen. Naja. Ja. Ja. Geht schon wieder eine Minute die... Nein. Nicht Samir und Facepunch. Ey, Facepunch. Gary's Mod. Yeah. Kommt auch noch im Video bestimmt drüber über Gary's Mod. Ihr könnt ja auch schreiben, was wir da machen sollen, weil es gibt ja ganz viele Spielmodis für Gary's Mod. Alter, hör auf. Du... Du... Ich sag jetzt einfach DS. Ihr wisst bestimmt, was es heißt, DS. Die Abkürzung. Okay. Jetzt müssen wir uns ja diesmal... Ähm... Gucken. Haha. Ist sogar schon drin. Noch vom Besuch damals ist es noch drin. Ja. Okay. Ähm... Ja, der Agario jetzt erst... Also der jetzt erst eingeschalten hat bei Agario. Agario ist ein Online-Spiel. Ich glaub, das kann man sogar downloaden. Dann wird man aber gleich wieder ins Internet geleitet. Also Fail. Lohnt sich also nicht, zu downloaden. Ja. Also Agario ist ein Online-Spiel, wo man so Punkte ist. Also so ein Punkt ist man da. So eine Zelle. Und man muss eben jede Zelle überholen. Das heißt, man muss der Größte sein, um zu gewinnen eben. Also wenn man der erste... Wenn man erster Platz hat, hat man eben gewonnen. So gesagt. Das heißt, man ist erster Platz. Aber da kommt jetzt nicht so wie... Äh... Durchgespielt. 100% oder irgendwas. Wie bei Spielen. Das heißt, ihr habt einfach nur... Den ersten Platz erreicht. Und... Herzlichen Glückwunsch daneben. Das werde ich nie packen, weil ich bin in dem Spiel so schlecht. Und es leckt. Ja. Ähm... Und das ist dann eben eine Zelle. Und man muss eben nicht... Man darf... Man muss auffassen, dass man nicht gefressen wird. In diesem Spiel. Ja. Und... Wenn man größer ist als so eine grüne Zelle hier, wird man zerteilt. Oder wenn man genauso groß ist. Weil als kleiner Punkt hier kann ich mich jetzt noch versteckeln. Der liebe Haha kann ich jetzt noch versteckeln da hinten dran. Seht ihr? Und wenn ich größer bin als er, dann geht es nicht mehr. Und da kommt schon wieder... Ach, Simo. Simo, hau ab. Ach und ja. Ähm... Es könnte ja sein, dass jemand... Von meiner Community gerade hier mal mitspielt. Und mich hier sieht. Also wenn ihr jetzt einen SachiLP und einen Haha seht. Schreibt es in die Kommentare. Kann ja sein, dass mal jemand so... So ausnahmsweise... So... Gerade zufällig mal jemand mitspielt. Und mich eben dann gesehen hat. Also könnt ruhig mal die Kommentare schreiben, wenn ihr... Sollt gerade zufälligerweise mal dabei gewesen seid im Video. Zum Beispiel... Trollface könnte jetzt zum Beispiel jemand aus der Community sein. Nur mal so geschätzt. Oder irgendein anderer Punkt. Ja. Oder Niedepartner kann auch jemand sein. Ich meine, ich weiß nicht, wer das ist. Das ist... Alles anonym. Und ich möchte auch jetzt nicht auf die Namen aufmerksam machen. Ich möchte einfach nur hier zocken. Und... Na, das weiß ich. Hier nervt schon wieder. Schreiben wir gerade in die Einstellungen. Nämlich Dark Team. Das gefällt mir am besten. So, ich hole mich jetzt hier nochmal raus. Hallo? Oh, ich wurde gefressen. Okay. Wir gehen einfach nochmal im Altar herein. Na man, jetzt wurden wir ja noch gefressen, weil wir in das scheiß Dark Team gewechselt haben. Wir sind wahrscheinlich wieder bei 5 Minuten. Ja. Natürlich, wenn ihr 10 Minuten haben wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ich werde so... Ich habe vor, 5 Folgen Agario aufzunehmen. Jetzt morgen kommen keine Folgen, weil... Fast jeden Freitag bin ich so gut wie nie zu Hause... Also gar nicht zu Hause. Da bin ich immer mit meinen Großeltern zu Besuch. Weil da habe ich ja ein eigenes Zimmer und da kann man dann schön mal übernachten. Und ja. Und ich meine, wenn ich bei meinen Großeltern zu Besuch bin, wie kann ich dann zu Hause aufnehmen? Das geht nicht. Deswegen kann ich leider nur... Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag aufnehmen. Sonntags kann auch manchmal ausfallen, weil sonntags wir öfters mal fortfahren. Also, das ist... Da kann ich aber dann ein Video machen, wo wir... Wenn wir zum Beispiel mal nach Frankfurt fahren oder irgendwo hin, sind ja Ferien. Ich meine, man kann ja überall jetzt hinfahren. Und da sind wir auch schon bei 5 Minuten, 5,5 Minuten angelangt. Und hiermit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Agario wieder. Wir lassen uns gerade noch schnell fressen. Na komm. Fresst mich. Ja, hier. Portugal. Hallo. Portland. Äh, Poland. 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 Okay. Ja, hiermit würde ich dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Ciao und haut rein. Euer Sashi LP.